Musik Wir feiern heute hier das Richtfest für 53 Wohnungen im Bauprojekt Wohnen am Händelweg. Und das ist ein sehr freudiges Ereignis, weil hier im Wohngebiet Himmelreich entsteht ein richtig kleines Quartier, in dem viele Menschen ein neues Zuhause finden werden. Neben den 53 Wohnungen entstehen auch 70 Stellplätze in der Tiefgarage und so findet auch jede Familie die erforderlichen Stellplätze für den Pkw, wenn das gewünscht wird. Rundherum ist es herrlich grün, es wird also ein richtig schönes Bauvorhaben. Das Besondere am Bauprojekt ist, dass hier acht Häuser entstehen, acht Mehrfamilienhäuser, die zusammen ein Ensemble bilden. Und es entstehen für die Bewohner im innenliegenden Bereich grüne Höfe, also wirklich auch eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Häuser sind energetisch effizient gebaut und die Grundrisse sind so konzipiert, dass sich auch verschiedene Generationen in diesen Grundrissen wohlfühlen können. Diese Wohnungen passen also vom alleinstehenden Ehepaar bis hin zur Familie mit mehreren Kindern. Wir haben hier also vorgesehen, drei Raumwohnungen bis fünf Raumwohnungen mit Quadratmetern von 63 Quadratmetern pro Wohnung bis 118.